Schnecken können über spitze Steine oder sogar über Rasierklingen kriechen, ohne sich dabei zu verletzen. Ziemlich faszinierend, aber warum ist das eigentlich so? In diesem Video möchte ich dir das erklären. Außerdem werde ich dir die Ernährung einer Schnecke sowie die Paarung zeigen, denn auch dort gibt es einige sehr interessante Aspekte. Nach diesem Video bist du bestens über die Lebensweise der Schnecke informiert. Weißt du eigentlich, was Schnecken fressen? Vielleicht hast du schon einmal in einem Garten zerfressene Salat- oder Pflanzenblätter gesehen, bei denen oftmals nur die Blattrippen übrig geblieben sind. Dort waren wahrscheinlich Schnecken am Werk, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Probiere es am besten. So, wie geht's das? So, wie geht's das? So, wie geht's das? So, wie geht's das?